Sooo, dann sollte es heute ein cooles neues Rezept für uns geben. Ich freu mich. Sooo. Es wird auch noch ein Sortierrück gemacht und alles, ne. Aber entwickelt sich auch alles schon weiter. Ja, nice. So, hallo, Frau. Sooo, hier, Mini-Obelisk. Und ein bisschen Holz von Robin. Für den Mini-Obelisk, was brauchen wir denn? Hartolz, 30 Stück. Solar Essenzen, 20, okay. Oh, jetzt haben wir noch ein paar gehabt. So, zack. Hartolz. Wie waren das? 50? 30. 30 mal Hartolz. Wie, wie, wie. Meine Eisern nur in Reserven. Und, äh, was war das andere? 3 Gold waren. Okay. 1, 2, 3. Dann können wir das Ding bauen. Zack. Das ist auch erledigt. So, dann können wir das da reinschmeißen. Hier können wir die Waffen reinschmeißen. Das kannst du Zeug. 2, 2, 2, 2 wieder um. Kann ich hier irgendwo Klamotten rein? Oh, schon wieder rein. Jut, jut, jut. So. Läuft bei uns. Was macht denn dieser Mini-Obelisk? Ich platziere zwei auf dem Hof, um zwischen ihnen teleportieren zu können. Ah. Okay, cool. Kann ich also einfach nur teleportieren. Und weiter hin. So. Zack. 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 Mal mit. Jawohl. Alles gut. Sehr schön. Schnappen wir unser Pferd und schauen mal auf, wie wir noch eine Neuaufgabe kriegen. Oh, hier ist echt was kaputt gegangen. Was? Ich aber auch nicht sehr gut. Eigentlich zwei Sachen bleibe ich hier drunter kaputt, ne? Das ist halt hierfür. Da ist eins kaputt. So sehe ich nicht. Toll. Okay. Ich höre einfach nur eins. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, die ganzen Triffel von gestern liegen ja auch noch hier dran. Die werden glaube ich heute mitgezählt, ne? Kann das sein. Deswegen gar nicht so viel... ...unfängstzeichen Loot habe. Ich habe die... ...Laterne kaputt gemacht. Ernsthaft? Wie geht sowas? Wie schaffe ich sowas? Da. Was ist da? Ich bin echt von mir überrascht. Ich kriege auch alles kaputt, ne? Muss ich noch eine neue Laterne jetzt bauen, oder was? Da bin ich echt nicht belastet von. Kann ich einfach mal sagen. Ich weiß, hier können wir auch noch was machen. Alles zu seiner Zeit. Ich mach halt die Laterne hier kaputt. Ich mach halt die Laterne hier kaputt. Ich mach halt die Laterne hier kaputt. Mach mal eben so. Jetzt sollten wir auf jeden Fall genug Zeug haben, ne? Hierfür. Ich denke, das halten wir jetzt sicher haben. Oh, zack, 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 hallo. Oh, blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So. Das ist mit dem Bisch. So. Ah ja. Gut. Ähm. Das ist eigentlich immer relativ. Same. Okay. Ah ja. Gut. Ähm. So. Wer ist doch hier noch nicht geknuddelt worden? Ich bin ja so nett heute immer wieder nie. So. So. Na komm, einen krieg ich doch noch wollen. Oder? Jawohl. Ich möchte dich auch mal fertig machen. Sehr schön. So. Dann werden wir den Obelisten jetzt haben. Ist ausgelassen, da. Ist ausgelassen. Machen wir den auch. Da fehlt uns jetzt noch das Solar Ding. Dann müssten wir von der Caroline das Special Ding annehmen. Special Order. Und für den Caroline Special Order wäre... Ja, die Ginger Farm. Ananas Farm. Oder Tarot. Und ich persönlich hoffe ja, es wird die... Wenn wir das jetzt mal ankriegen, die Ananas. Weil davon haben wir ja relativ viel. Oh, guck mal. Der ist jetzt mal hier oben. Auf der Straße. Okay. Jetzt mal, dass die irgendwie so mit da agieren. Gar nicht mehr wie es stankt. Es stankt, ich sage schon, ein bisschen zickig oder so zueinander. Vielleicht. Im schlimmsten Fall. So. So. Zack, zack, zack. Juts. Angegen wir hier rein. Oh, wir machen wieder ein bisschen was. Äh, blüpp. So. 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 Geht alles rüber noch. So. Dann haben wir so eine kleine Grenze gezogen. Solarpanel. Solarpanel. Das fehlt uns jetzt noch. Dann wären wir fertig. So. 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 So können Unwetter trotz meine Pfarm noch kapotten. Okay. Also eigentlich, das würde da echt nicht mehr gehen, aber gut. was? Dann ist die Golleneốbe echt nochmal dafür da, dass wir das, was wir halt durch die Zeit, sag ich mal, Wetter auch Although Witterung kriegen. Aber wer ist denn da? Oh. Lüff, die haben laufen jetzt? phone. Du Uch. So, wir sind lauffaul, ne? Gut, so, dann können wir hier verkaufen. Was gibt da rein? Was gibt da rein? Was gibt da noch rein? Der Rest wird ja irgendwo hier einsetzt. So. Nur vier Stück haben wir davon. Wahrscheinlich erwartet, dass wir inzwischen ein bisschen mehr davon haben, aber gut. So. Ich meine, ich hätte alles hergestellt, ne? Ich meine es. Ich will mal eben vergleichen, ob unsere... Weiß ich jetzt, ob es jetzt alles gleich aussieht. Wir haben ja hier so... Ich habe extra Bildchen. So, hier sieht es soweit... Same aus, ne? Hier sieht es... Auch soweit Same aus, wenn ich das beurteilen kann. So, da sieht es... Jetzt auf die Dinger hier achten, ne? Das sieht eigentlich auch relativ Same aus. Gut, dann fehlen noch zwei Seiten. So, hier. Das sieht auch relativ gut aus, ne? Und das sieht viel aus. Also noch die Seite hier. Und da fehlt jetzt halt eigentlich noch vier, so ein Solar-Ding. Ansonsten haben wir... Alles, ne? Ja. Auch, wo wir wirklich alles hergestellt haben, haben wir dann alles. Das ist ja wirklich noch das Solar-Panel. Und dafür brauch ich halt einen Auftrag von Kerbelein. So, ich bin gespannt, ob ich den noch... ...Motifix jetzt hinkriege, den Auftrag. So. Ich habe schon ein bisschen... ...Kriefel bekommen. Sehr schön. Ich glaube, das wird sogar jetzt für uns echt go-no, wenn ich ein paar extra Geräte bauen würde. Muss ich ja sagen. Äh, was nehmen wir denn heute? Was nehmen wir heute? Von den Preisen werden so ultra viele. Einfach mal ein paar Preise-Bettinger hier kommen. Zack. Zack, zack, zack. Oh, ich das Ganze mache. Zeitvertreib. Wir müssen noch die Farmen hochpäppeln. Meine Gruppe bräuchte es um. Wir haben noch 5 Millionen auf dem Konto, ne? Können natürlich noch... ...so viel Geld farmen. Was mit dem Geld machen, ist wieder auch eine andere Sache, ne? Das gibt's halt keine Option für... Äh, da gäbe es die Option echt, die wär ganz cool, wenn du einfach so permanente Upgrades kaufen könntest noch. Das ist ja ultra gut so. Quasten übertrieben, sagen wir mal, für 20 Millionen kannst du einen Upgrade. Ganz übertrieben. Oh, guck mal, hab ich so gedacht, ich habe noch einen übersehen gehabt hier. Das ist mit der anderen, was da nicht ganz gibt. Quasten, da war auch noch einer leer. Hier, hier habe ich ein bisschen geschlankt, aber gut. Jetzt sieht es eigentlich relativ gut aus. Da habe ich auch eine übersehen. Hier sind so Kleinigkeiten, die kommen hier. 9, 15er. Ich sterfe erstmal da rein. So. Oh, da ist ein bisschen mehr Platz drin. So. Dann machen wir mal mit so einem Presebären weiter. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Pizzle abhängen, da ist eigentlich auch alles da. Ich habe noch gar nicht geguckt, was ich dafür brauche, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall Batterien brauchen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Glück haben, kriegen wir das sogar relativ fix. 220 Maschinen haben. Das ist eine Menge. Aber wir produzieren trotzdem nur noch mehr. So. Was hast du? Blöpp, blöpp, blöpp. Alles gut, sehr schön. Ein Solargerät. Das hätte ich gerne noch. Du, 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 du. Ich kann jetzt mal gucken, ob ich immer noch was mit Trigger-Krieger an Events, ne. Obwohl, ich würde gerne bei Harlier noch was in den Raum reinkönnen, ne. Stimmt. Da war noch was, wo ich gerne reingehen würde. Ob ich ehrlich bin. Aber nix. Aber nix. Ist auch nix. Zauber-Halim. Geht dann noch so ein Hinterstübchen. Ich möchte vielleicht mal eine Mod, wo ich sehen kann, ob wem ich welches Event schon ausgelöst hatte, ne. Im Moment habe ich die Events ja schon hart vertauscht, sag ich mal. Deswegen. Ja, lass mich mal durch drüber. Auch kein Event. Ich will jetzt aber echt nicht auf die Suche gehen. Nach Events, wenn ich ehrlich bin. Dann gehen wir auf nach Hause. Dann gehen wir einfach mal nach Hause. Zack. Schlafen. Oh. 200.000 Geld. Und.